Gelobt sei Jesus Christus! Willkommen zurück nach der Sommerpause. Wir feiern am 14. September das Fest der Kreuzerhöhung. Dieses Fest erinnert an das Jahr 335, wo nach der Einweihung der Weihe der Basilika über dem Grab und der Kreuzigungsstelle Christi, das Kreuz, das Helena, die Mutter von Kaiser Konstantin, nach einem Traum gefunden haben soll, erhöht, das heißt, allen gezeigt und zur Verehrung dargeboten wurde. Nun, ob die Helena, die Kaisermutter Helena, das wirkliche Kreuz Jesu gefunden hat und ob die Partikel von diesem Kreuz, die auf der ganzen Welt verteilt sind und einige davon für immer verschwunden sind, wirklich das wahre Kreuz Christi war und ist, das ist ein anderes spannendes Thema, aber das hier den Rahmen sprengen würde. Warum aber verehren wir das Kreuz Christi? Warum feiern wir das Fest der Kreuzerhöhung, wo dieses Kreuz allen Menschen als Zeichen des Heils gezeigt wurde und zur Verehrung dargeboten wurde? Nun, Jesus hat sich auf diesem Kreuz leidend für uns alle, für unsere Erlösung, für unser ewiges Leben, zur Sühne für unsere Sünden hingegeben. Das Schlüsselwort ist die Hingabe. Wie er selbst sagt, man hat ihm das Leben nicht genommen, sondern er hat es aus freien Stücken hingegeben und hat es dann wieder aufgenommen in der Auferstehung. Hingabe, freiwillige Hingabe, auf sich selbst verzichten für andere. Und genau das ist auch das Wichtige am Kreuz in unserem Leben. Wer mehr nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, sagt Jesus. Dieses Kreuz auf uns nehmen, ja, das ist die tägliche Selbsthingabe. Was bedeutet das? Dass ich eben nicht immer nur an mich denke, was mir gut tut, was ich will, sondern schaue, was der andere braucht. Und auf mich selbst, auf mein eigenes Wohl verzichte, für das Wohl des Anderen, im Kleinen wie im Großen. Ja, Sie merken schon, da sträubt sich was. Das wollen wir eigentlich nicht, weil eben unser Ego dagegen steht. Unser Ich, das beansprucht, ich bin doch der Wichtigste in meinem Leben. Und genau das hindert uns aber daran, Jesus nachzufolgen und Gott zu begegnen. Und im Evangelium am 24. Sonntag im Jahreskreis hören wir auch, als Jesus über seine Kreuzigung spricht, dass Petrus dem Energischen entgegentritt und sagt, das soll nicht geschehen. Natürlich will er das auch nicht. Es ist ja menschlich verständlich. Wer will denn schon, dass sein Freund und Meister, dem er nachfolgt, grausam umkommt? Das soll nicht geschehen. Und Jesus erwidert aber sehr streng und sehr unwirsch hinter mich, du Satan. Du willst, was die Menschen wollen und nicht, was Gott will. Und genau das ist es, dass auch eben wir das wollen, was die Menschen wollen. Nämlich nicht leiden, nämlich uns nicht hingeben. Und diese Selbsthingabe, ja, die ist immer mit Leid verbunden. Weil es dem Ego, dem Ich eben, schmerzt, wenn er nicht das Wichtigste ist. Wenn dieses Ego zurücktreten muss. Wenn es sich preisgeben muss. Weil es ihnen etwas hergeben muss von sich. Und genau das ist auch die Liebe. Und darum schmerzt auch die Liebe. Denn wenn wir uns einem anderen hingeben, dann muss ich etwas von mir aufgeben. Und nur so funktioniert auch eine wirkliche Beziehung, eine wirkliche Ehe, dass ich auf etwas verzichte von meinen Wünschen, von mir selbst, für den anderen. Und wenn beide Seiten das machen, dann entsteht etwas Neues. Und Jesus, der menschgewordene Gott, hat für uns nicht nur auf etwas verzichtet. Er hat nicht nur etwas gegeben, sondern alles, sich selbst, sein Leben. Und auch das soll unser Ziel sein. Nicht erst, wenn wir im Tod uns ganz hingeben und auf uns selbst verzichten müssen. Sondern vielleicht schon vorher, dass wir das üben, dass wir das lernen. Dass wir schon lernen, Jesus Christus hier im Leben nachzufolgen und unser Kreuz tragen. Indem wir auf uns selbst, auf unser Ego mehr und mehr verzichten. Zum Wohle des Du. Das ist die Liebe. Das ist die Nachfolge Jesu Christi. Das ist die Nachfolge Jesu Christi.